Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch 4 tolle Tricks mit Brille, wie du schnell deine Brille reinigen kannst und sogar die feinste Kratzer wegmachen kannst mit diesen genialen Tipps. Die erste Idee wäre, du kannst deine Brille reinigen, schnell und einfach mit flüssiger Handseife. Dann abspülen und in ein paar Sekunden die Brille glänzen, wieder wie neu. Mit diesem Trick werden die Brille nicht mehr beschlagen. Andere Idee wäre, kannst du mit Essig einfach sauber machen, Einfach mit einem Watertaps oder einem weichen Tuch, kannst du ganz schnell zum Glänzen bringen. Das gleiche kannst du mit Rasierschaum, die Sonnenbrille oder normale Brille reinigen. Und der letzte Trick und beste Idee finde ich mit Zahnpasta, verschwinden sogar die kleinste und feinste Kratzer auf der Brille. Probiere unbedingt diese Tricks einmal aus. Du wirst begeistert sein. So hast du immer schöne, saubere Brille und eine klare Sicht. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal.